Die Wrestling-Wilde von den Wird und Schweiß Hallo liebe TCG-Fans! Ich habe gehört, am 7. Dezember soll es ein neues Event geben. Also wenn ihr Bock habt, Action im Ring zu sehen und natürlich auch eure Sultan Susu, dann kommt vorbei, denn ich werde dabei sein. Die Frage ist, werdet ihr es auch sehen? Die Frage ist, werdet ihr es auch sehen?